Hi, ich bin Lukas von der ICO. Heute habe ich hier den Aero T241 bei mir von Teltonica Networks. Teltonica Networks haben wir ja schon im letzten Video für den Aero TX50 besprochen. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, werden wir auch nochmal unten verlinken. Könnt ihr euch gerne angucken. Packen wir das Gerät mal aus. Wie auch schon beim Aero TX50 finde ich das super. Keine große Bedienungsanleitung, einfach QR-Codes, um das Wiki, das Datenblatt oder die Anleitung online zu erreichen. Das spart einiges an Papier und einiges an Zeit. Dazu kommt ein Patchkabel, zwei Mobilfunkantennen, eine WiFi Antenne sowie ein Netzteil und den Schlüssel für die SIM und die SIM Adapter. Kommen wir zu dem Gerät an sich. Der Aero T241 ist ein performance starkes und kostengünstiges Modell für den normalen Gebrauch in ihren Netzwerken. Hier haben wir einen LAN-Anschluss, einen Bahnanschluss und den Anschluss für die SIM. Hier ist eine 4G-Konnektivität vorhanden mit zwei Antennen für die 4G-Konnektivität und eine WiFi Antenne. Ebenfalls wie der Aero TX50 ist der Aero T241 mit der RMS Software von Teltonica managbar. Hier können Sie online das Gerät verwalten, Firmware-Updates machen, eventuell Status-Updates sich zusenden lassen. Alles was das Herz begehrt. Wenn ihr noch Fragen habt zu dem Aero T241 oder zu sonstigen Teltonica Produkten, meldet euch gerne. Wir sind immer für euch da. Macht's gut. Ciao.